Und viele werden so erfolgreich mit dem Agenturbusiness oder dem Beraterbusiness, weil du eben eine Umsatzrendite hast von teilweise 50 bis 70%. Wenn du so eine hohe Marge hast auf alles, was du da tust, dann ist das quasi wie Cheaten, das ist wie Easy Mode, das ist die einfachste Form der Selbstständigkeit, weil sie auch gleichzeitig die profitabelste ist.